Ich lerne Deutsch. Nummer 2908 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In der Schulaufführung spiele ich die Königin. Mein Bruder ist der König. In der Schulaufführung spiele ich die Königin. Ich schaue mir gerne die Fotos aus dem Familienalbum an, auch wenn manche schon 50 Jahre alt sind. Ich schaue mir gerne die Fotos aus dem Familienalbum an, auch wenn manche schon 50 Jahre alt sind. Vorsicht mit dem Baseballschläger! Nicht, dass du meine Nase nochmal triffst! Vorsicht mit dem Baseballschläger! Nicht, dass du meine Nase nochmal triffst! Wir beide schaffen das! Mal sehen, wer schneller unten ist! Wir beide schaffen das! Mal sehen, wer schneller unten ist! Ich spüre schon die Aufregung! Heute wird ein ganz besonderer Tag! Ich spüre schon die Aufregung! Heute wird ein ganz besonderer Tag! Ich spüre schon die Aufregung! Heute wird ein ganz besonderer Tag! Ich will nicht immer mit dir streiten! Warum können wir nicht vernünftig miteinander reden? Ich will nicht immer mit dir streiten! Warum können wir nicht vernünftig miteinander reden? Ich kann es nicht glauben! Das Spiel ist vorbei! Ich habe verloren! Ich kann es nicht glauben! Das Spiel ist vorbei! Ich habe verloren! Ich kann es nicht glauben! Das Spiel ist vorbei! Ich habe verloren! Ich weiß, dass die Aktie gut ist, aber niemand hat mit einer so positiven Entwicklung gerechnet! Ich weiß, dass die Aktie gut ist, aber niemand hat mit einer so positiven Entwicklung gerechnet! Das Hörgerät ist nicht auf dem neuesten Stand der Technik, aber es ist sehr preiswert! Das Hörgerät ist nicht auf dem neuesten Stand der Technik, aber es ist sehr preiswert! Das Hörgerät ist nicht auf dem neuesten Stand der Technik, aber es ist sehr preiswert! Ich beobachte alles sehr genau! Ich möchte keine Information verpassen! Ich beobachte alles sehr genau! Ich möchte keine Information verpassen! Ich beobachte alles sehr genau! Ich möchte keine Information verpassen! Jetzt kommen einige Wiederholungen! Ein guter Tag beginnt bei mir immer mit einer guten Tasse Kaffee! Das genaue Datum des Marathons wird heute bekannt gegeben! Das genaue Datum des Marathons wird heute bekannt gegeben! Das genaue Datum des Marathons wird heute bekannt gegeben! Wir machen ein Wettrennen! Wer von uns ist zuerst auf dem Tennisplatz? Wir machen ein Wettrennen! Wer von uns ist zuerst auf dem Tennisplatz? Ich merke, wie mein Rücken schmerzt, wenn ich abends so lange im Büro arbeite! Ich merke, wie mein Rücken schmerzt, wenn ich abends so lange im Büro arbeite! Während der Kaffeepause habe ich Zeit, einen kurzen Blick in die Tageszeitung zu werfen! Diese Pflanzen sind wichtig für eine gesunde Natur und tragen dazu bei, unser Klima zu schützen! Diese Pflanzen sind wichtig für eine gesunde Natur und tragen dazu bei, unser Klima zu schützen! Die Mitarbeiter können entscheiden, an wie vielen Tagen in der Woche sie von zu Hause aus arbeiten möchten! Die Mitarbeiter können entscheiden, an wie vielen Tagen in der Woche sie von zu Hause aus arbeiten möchten! Eine Holztreppe führt nach unten, sie hat rechts ein Geländer! Heute habe ich noch keinen einzigen Fisch gefangen! 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 Sei nicht albern! So schaffst du es nie! Deine Arbeit wird nie fertig! Sei nicht albern! So schaffst du es nie! Deine Arbeit wird nie! Deine Arbeit wird nie fertig! Das ist so schön! Ich möchte dir von ganzem Herzen danken! Das ist so schön! Ich möchte dir von ganzem Herzen danken! Das ist so schön! Ich möchte dir von ganzem Herzen danken! Wir nehmen das Projekt gemeinsam in Angriff und starten gleich mit dem ersten Meeting! Wir nehmen das Projekt gemeinsam in Angriff und starten gleich mit dem ersten Meeting! Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren! Und gib uns bitte ein Like!